Das ist genau dasselbe wie da. Das ist genau das. Das ist ja das Zeug, das hat er nicht vorhanden gesagt. Ja, das hat er nicht vorhanden gesagt. Ja, da hat er die Kammer drauf. Ich weiss nicht, wenn es so ein Firma kommt, das ist ein Anspruch, dass, wo dem Zeug die Fäße gehen kann, was wenn da ein Abdeckungsdeckel für Älter ist, zum Beispiel Zufallstrang für Wasser, warum macht man denn erst mal so eine Art Sperrbar, das ist nicht mehr. Er liegt bloß. Jeder hat gesagt, er hat die Wachstin zu ihm mitgelegt. Zu dem hin wird sich bloß darauf, und wird er in der Nase produziert. Ich würde sagen, 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 diese Wachstin zu ihm haben gegeben, war nicht auf die overlook, sondern vonândén. Der Fäde ist also schlecht mit dem Fach im Nachmittabinden. ich würde sagen, dass wir auch schlecht machen, mit dem föhnen, mit dem Seditender kopp Traditionalisation und die Cheeriosierung wichtig sind. Vielen Dank.